Jo, einen schönen guten Tag. Hier ist wieder Nessie, Eurotraktor 2. Entschuldigung, wann wird heute Mittwoch und Freitag und Montag nicht geschafft habe. Darf ich mich entschuldigen? Und deswegen kommt es heute am Dienstag. Judi, denn manchmal... Wo war es denn nochmal? Ja, toll. Genau. Okay, das wollte ich nicht anders sagen. Jo, okay. Wir müssen hier rum. Okay, dann fangen wir mal langsam los. Gut, okay. Dann fangen wir mal langsam wieder. Gut, nächste Sekunde. Heute können wir weiter Gas geben. Ich bin ja immer noch in Frankreich. Und jo. Ach ja, ich... Moment, muss ich wenden? Nö. Ich brauche nicht wenden. Okay. Jo, dann bleibe ich auf der Autobahn hier. Okay. Jo, dann bleibe ich auf der Autobahn hier. Das ist irgendwie blöd jetzt gewesen. Montag und und und. Freitag. Wenn ich es geschafft habe. Kommt natürlich am Dienstag. Wird Leute. Wenn ich es nicht um an, was mich zu nehmen. Ich bin reißig. Ich bin ja egal. Ich bin ja nicht mehr als die, ich bin ja gar nicht ohne. Ich würde mich zu diesem. Was ich noch nicht? Ich bin ja dran. Ich würde mich dafür schrauben. In das mal. Du kommst mir das pack am Dienstag an. Ich bin ja gar nicht mehr als die. Es geht irgendwie aus. Tschüss. Ja, ich bin ja. Ja. Ich bin ja hier. Ja, ja, oh, ein Mist, was ist so ein Mist? Oh mein Gott, ich glaube, das ist heute ein bisschen schwierig alles. So, da kommt nix mehr, gut. Gut. Okay, einfach mal durch die Stadt fahren jetzt hier. Wie heißt die Stadt? Lila. Okay, ich lass das lieber. Ich fahr jetzt 50, Alter. Ich fahr hier 50 lang. Äh, 70 lang. Ich fahr hier schneller fahren. Ich fahr hier schneller. Ich fahr hier. 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 All Reicht. Ich fahr hier. Ich fahr hier. Ich bin jetzt hier Also, die Belgien. Ich kann sie nicht mehr kommen. Okay. Ja, Entschuldigung. Ich kann sie nicht mehr sehen. Also, die Ganschen. Ja, die Ganschen. Ja, nicht mehr. Danke für den Ganschen. Das ist alles, alles. Ganz langsam. Der Ganschen ist hier. Ja, das ist alles. Na, super. Das wird langsam. Gott sei Dank. Oh, wir gucken, wie wir heute schaffen. Ach, ist das schön hier. So viele Blumen. So viele. Mein Gott. Komm jetzt nicht drauf. Äh, Sonnenblumen. Wird eben nicht drauf gekommen. Haben denn auch immer so Probleme damit? Oh mein Gott. Na, regnet es schon wieder? Ich war fett nicht. Einfach keine Lust, dort zu umregnen. Ach, das wird noch ein Fahrzeug gerade. Das wird noch für viele mehr Fahrzeuge. Das wird noch für viele mehr Fahrzeuge. Oh mein Gott. Das sind ja mindestens vier, fünf Parts. Da kommt noch ein. Leider. Das Schaffe kenne ich auch immer. Oh je. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist es eine lange Fahrt diesmal. Aber diesmal mag ich nicht so lange. Ich muss noch was aufnehmen heute. Ich muss noch mal, dann noch mal. Ich muss noch mal. Ich bin endlich wieder auf der Autobahn. Ups. Brüssel. Brüssel. In Belgien, in Brüssel. Und Brüssel will ich nicht. Äh. Ah, hier kann ich endlich wieder rasen. Ja, ne, das wird nix. Das war ja schon wieder zehn Minuten. Mom. Da oben fährt ne Braun. Aber leider sehe ich jetzt davon nix. Schade. Oh, was weiß. Noch ne Bahn. Noch ne Bahnstrecke. Und wieder auf die Landstraße. Ja, wenn ich den nächsten Parkplatz finde, dann mach ich dann Pause. Oh, 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 oh. Ach, da tut mir da wieder nix. Seh ich doch schon. Ups. und 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 wow, guck, mein Schrift Mann, ist das ein langer Weg diesmal ist das diesmal ein langer langer Weg jetzt sind die Richtlinien, wisst ihr jetzt pressen sie gleich ab vor mir ein LKW ist naja, das sind die Richtlinien Mannu kommst du da nicht vorbei jetzt hier ich fahre 35 ich muss das vorstellen ich hab bestimmt den LKW gestreift Och, das tut mir echt leid. Gut, und hier, Maikas Pause. Was, wieder Frankreich? Nee, Holland. Tank ich noch mal? Nö, und da ist dann dran gefangen. Okay, Leute. Jetzt können Sie stehen bleiben? Welkommen doch durch. Okay. Jutti, mach die Maschine aus. Und ich mach erstmal Schluss für heute. Jo, und, ja, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass wir das nächste Mal fertig wären. Ja, Leute, okay. Jutti, denn, sag ich erstmal, tschüss. Ja. Ja. Ja.